Bibelferse für Kinder erklärt Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 11 Es ist Anfang Dezember und ungemütlich kalt an diesem Samstagmorgen. Der Lieferwagen muss beladen werden, die Kisten mit der Ware müssen nach hinten, dann die Tische und die Pavillons. Johannes versucht, eine Kiste allein zu heben. Nicht doch! Papa eilt herzu. 30 Kisten sind es heute. Gleich wird Papa mit Johannes zum Markt fahren. Dort müssen die Tische und die Pavillons aufgebaut werden, dann wird die Ware abgeladen. Äpfel, mindestens acht Sorten, Apfelsinen, Mandarinen, Blumenkohl, Steckrüben, Wirsing- und Weißkohl, Rotkohl und ein paar Tannenzweige. Papa schaut zur Uhr. Au, es ist schon gleich sechs. Komm, lass uns schnell noch frühstücken, ruft er Johannes zu. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 11 und 12 Das sind die Verse aus dem kleinen Andachtsbüchlein. Die Zeit reicht einfach nicht mehr, um die ganze Andacht zu lesen. Zehn nach sechs ist es, als sie endlich im Auto sitzen. Johannes kann seinen eigenen Atem sehen. Papa startet den Motor. Hört sich merkwürdig an, stellt er fest. Der kleine Lieferwagen ist in die Jahre gekommen und mag die Kälte gar nicht. Mühsam hoppelt er das Kopfsteinpflaster der Dorfstraße entlang. Ist das normal? fragt Johannes, nachdem sie ein paar hundert Meter gefahren sind. Der hört sich doch sonst nicht so an. Der Motor muss nur warm werden, beruhigt Papa sich selbst. Doch er hat seinen Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da fängt der Motor an zu stottern. Gerade so hat Papa es noch geschafft, den Lieferwagen an den Fahrbahnrand zu lenken. Er versucht zu starten. Einmal, zweimal, ein drittes Mal und nochmal. Nichts. Jetzt bleibt ihm nichts übrig, als in das Dunkel hinauszusteigen und ein Warndreieck aufzustellen. Wir müssen die Pannenhilfe rufen, aber wenigstens können wir im Auto warten, sagt Papa und schlägt seinen Kragen hoch. Johannes schüttelt den Kopf. Die Autos. Sie fahren einfach vorbei. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 11 Diese Worte fallen Johannes ein. Vorne in der Ablage hat Papa immer ein paar neue Testamente liegen, die verteilt er manchmal an Kunden und Lieferanten. Jetzt nimmt er selbst eine dieser kleinen Bibeln zur Hand und schlägt sie im Johannes-Evangelium auf. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, liest Papa. Johannes schaut nach draußen und versucht etwas am Fahrbahnrand zu erkennen. Doch es ist stockdunkel. Papa liest einfach weiter und Johannes hört das Wort Finsternis. Finsternis? fragt Johannes. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Papa wendet sich seinem Sohn zu und erklärt, die Finsternis hat die Gelegenheit nicht wahrgenommen. Welche Gelegenheit? fragt Johannes weiter. Papa hat jetzt Zeit, um Johannes zu erklären, das Wort ist der Herr Jesus, der in die Welt gekommen ist. Johannes schreibt, dass das Wort Fleisch geworden ist. Jesus kam als Mensch in diese Welt. Die Juden, die vor 2000 Jahren in der römischen Provinz Palästina lebten, konnten Jesus leibhaftig sehen und mit ihm reden. Er predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte viele Kranke. Das fanden viele Menschen interessant und viele Kranke wurden auf diese Weise gesund. Doch du weißt, dass sie ihn letzten Endes gekreuzigt haben. Johannes schreibt, die Finsternis hat's nicht ergriffen. Sie haben Jesus abgelehnt. Sie wollten ihn nicht zum König machen, sondern haben ihn vor einen ungerechten römischen Stadthalter namens Pilatus gebracht. Dieser Pilatus hat genau gemerkt, dass die Juden Jesus aus Neid umbringen wollten. Sie waren so aufgebracht und schrien nur, kreuzige ihn! Das ist Finsternis. Das jüdische Volk des Alten Testamentes kannte solche grausamen Hinrichtungen nicht. Die Kreuzigung war römisches Recht. Und obwohl Pilatus sich eigentlich in religiöse Angelegenheiten nicht einmischen wollte, schafften sie es, Pilatus dazu zu bringen, die Todesstrafe für den unschuldig Angeklagten anzuordnen. Papa, warum musste das passieren? fragt Johannes bestürzt. Papa überlegt, tja, warum? Jesus als König anzuerkennen bedeutet... Ja, das bedeutet, dass man das anerkennen muss, was Jesus gesagt hat. Er begann seine Predigt mit den gleichen Worten wie Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war der Vorläufer des Herrn Jesus. Hier steht, Johannes zeugte von dem Licht. Das Licht ist Jesus. Johannes sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Einige taten Buße und ließen sich von ihm taufen. Das Wort Buße ist ein Wort, das die meisten Menschen auch heute nicht mögen. Es bedeutet nämlich Umkehr des Menschen zu Gott, von dem er sich durch die Sünde entfernt hat. Das ist keine Erfindung von mir, sondern eine ganz normale Erklärung, die man im Lexikon nachlesen kann. Wer gibt schon gerne zu, dass er sich mit seiner Sünde von Gott entfernt hat? Papa seufzt. Was ist? fragt Johannes. Heute Morgen hatten wir keine Zeit für die Andacht. Jetzt sitzen wir hier unfreiwillig fest. Jetzt haben wir Zeit. Das muss ich als Vater zugeben. Wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, dann schieben wir damit Gott und Jesus auf den zweiten oder dritten Platz. Gott will aber der Erste in unserem Leben sein. Er will, dass wir auf seine Liebe antworten, weil er in Jesus zu uns Menschen gekommen ist. Er kam in sein Eigentum, das heißt, er kam in die Welt, die er selber geschaffen hat. Während Johannes und sein Vater geduldig auf den Abschleppdienst warten, wollen wir überlegen, wie der Vers weiterging. Er kam in sein Eigentum. Weißt du's? Ach ja, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und bevor wir den Vers zum Schluss noch einmal wiederholen, wollen wir überlegen, ob wir den Herrn Jesus aufgenommen haben. Denn der nachfolgende Vers sagt, dass Gott denen, die ihn aufnahmen, die Macht gab, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das meint, diejenigen, die an ihn glauben, die macht Gott fähig, seine Kinder zu sein. So, und nun nochmal der ganze Vers zum Schluss. Du kannst ihn jetzt bestimmt. Sprich ihn einfach mit. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 11